Ich habe das hier ja auch gemacht, so eben mit der Erwartung. Irgendwas muss ja... Aber es ist immerhin ein schöner Tag geworden. Es ist ein schöner Tag, die Pappeln fliegen, die Elbe fließt. Also selbst mit der Gewissheit, dass ich jetzt merke, wir haben jetzt sie gedreht und ist ja jedem, der dabei war, klar, dass es nichts wird, was jetzt irgendwie mich weiterbringt. Aber es war schön. Ja. Also, ja, doch. Oder? Also die eine, also... Das war gut. Das mit dem, ja. Ja, das nicht. Aber da, wo wir... Das fand ich. Das war... Ja, also gut. Na ja, aber... Ging schon. Aber immerhin sind wir jetzt... Also, das muss man anerkennen. Oh, du bist ja noch, du bist ja noch inkognito. Ich, 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 ich schirme dich ab, damit niemand den wahren Olaf Schubert sieht. Okay. 15,50 Euro. Also komm, mach 15,60 Euro. Echt? Einen schönen Tag. Danke schön. Tschüss. Ich hab dich gar nicht erkannt. Nee, ich schaue. Es ist, es ist ein bisschen wie, wie mit Clark Kent, wie mit Superman, den man sonst, wenn er seine Brille auf hat, nicht erkennt. Und, und, und kann ganz normal durchs Leben gehen. Und wenn er diese Brille abnimmt, dann sieht jeder, es ist Superman. So ist es bei dir mit dem Blümel. Ja, da gibt es einige Parallelen, denn ich bin ja auch super. Schön, dass ihr da seid. Danke, dass wir da sein dürfen. Äh, ich freue mich. Das ist einer der schönsten Plätze Dresden. Das, das tolle ist natürlich vor allem hier die Ruhe. Ja, das gefällt mir sehr gut. Ja, das ist schön. Und äh, ich muss Sägespäne holen für den Hamster. Also, für welchen Hamster? Also für Ilyich. Wie heißt der? Ilyich. Ilyich, okay. Ist dein Hamster? Nein, also der, ja, also der gehört den Kindern. Also eigentlich wollte ich einen, aber ich wollte mich nicht kümmern. Dann hab ich gesagt, Kinder, nehmt ihr doch den Hamster. Und da hab ich das sozusagen schön kombiniert. Dann dann die Kinder gleich, dass sie Verantwortung übernehmen müssen, auch für Dinge, die sie nicht interessieren. Okay, und wie geht's ihm jetzt gerade? Schlecht, das muss man wirklich sagen. Kriegt er Essen und Trinken? Kaum. Und hat er so ein, hat er so ein Hamsterrad? Okay. Wow, auf mich guckt Peter nicht zu. Ja gut, dann holen wir, was holen wir jetzt für den Hamster? Sägespäne. Ich hätte euch auch gern den Hamster gezeigt, aber man darf am Tag mit Hamstern nicht drehen, weil die ja nachtaktiv sind. Ach so, da hätten wir wirklich keine Drehgenehmigung bekommen. Das haben die, deswegen in den Hamsterrädern auch, brauchen die ja auch immer eine Drehgenehmigung. Ja. Na gut, dann holen wir jetzt Sägespäne und nicht das gestreckte Zeug, das du beim Bahnhof sonst kaufst. Das ist ein Stammladen von dir, ne? Ja, im Prinzip bin ich hier seit 1890. Ja, hast du mit eröffnet damals. Ah ja, wenn du... Hallo. Sieht jetzt schon sehr nett. Hallo. Hallo. Ich bräuchte ein paar Sägespäne. Hallo. Ja. Guten Tag. Wie immer. Für den Hamster. Ach so, die eigentliche Kernkompetenz dieser Manufaktur ist gar nicht das Herstellen von Sägespänen, sondern von Holzfiguren. Holzfiguren. Oder? Holzfiguren stellen wir auch her, na klar. Und Sägespäne. Also das ist, das wird so gemacht, bei der Herstellung der Sägespäne fallen durch Zufall diese Holzfiguren mit ab. Weil die, das geht nicht anders. Man muss das bei den Maschinen so machen mit dem Formen. Und das ist ja eigentlich auch im Sinne der Nachhaltigkeit ein sehr umweltfreundlicher Gedanke, den sie da machen. Toll. Das kann ich nur unterstützen. Dann, weil das ist nämlich ein Spaßvogel. Würde ich aber den Großen empfehlen, du bist ja ein großer Spaßvogel. Ja, ich bin ein großer Spaßvogel. Ach diese Köpfe sind so, die sind toll, dann kriegst du einen großen Spaßvogel. Und dann kann die verdrehen, die Köpfe wie meine gute Laune. Das ist eine unserer Kernkompetenzen. Ja, Köpfe verdrehen. Oh mein Gott, oder kaputt machen. Ah, verstehe. Verstehst du? Da kann man auch einen Berliner Fernsehturm draus machen. Ja, stimmt. Also es gibt tolle Sachen. Dreckslager, Hocksoldt kann man wirklich nur empfehlen. Es ist ein super Geschäft und ganz ehrlich, ich sage Ihnen jetzt schon einen großen Spaßvogel für 4,25 Euro. Das ist viel zu billig. Wirklich, das ist, gehen Sie mal in so einen Hipsterladen in Berlin und machen Sie da irgendwie so eine Gravur rein. Da können Sie das Ding für 180 Euro verkaufen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Ja, hier sind die Späne. Ja, ich bitte 5. Braucht gar nicht so viele. So in Herdigkeit. Der Hamster ist noch sehr klein. Die Tüte rein können. Ja, keine Tüte. Das ist aber nett. Ganz kurze Frage. Kosten die, kosten jetzt vielleicht die Späne einfach 150 Euro? Ist das Ihr Geschäftsmodell? Die kosten gar nichts. Ernsthaft? Was? Da muss dringend mal McKinsey durch bei Ihnen. In Actionfilmen könnte man jetzt auch da mit jemandem zum Beispiel so ganz mühsam umbringen. Ja. Aber ökologisch natürlich. Nachhaltig. Es ist ein Bio-Mord. Ja. Dankeschön. Danke. Ja, das haben wir ja schon wirklich, also was geleistet heute. Silke Spühne. Ich würde ja gern noch ein bisschen, hast du noch ein bisschen Zeit, ein bisschen was von deiner schönen Stadt? Kurz, aber wirklich nicht lange. Ich muss dann auch... Was hast du noch für Termine? Wartet. Ja klar. Was interessiert dich noch von Dresden? Deine Hotspots. Meine Hotspots. Ja, wo gehst du so hin? Also der hottestest Spot ist, also das spotteste in puncto hot ist eigentlich hier. Dort hinten ist ja auch das Gefängnis. Also die Vollzugs, Strafvollzugseinrichtung. Hier die Polizei, die Dreckserei. Dort ist der Imbiss. Eine wunderschöne Imbiss. Möchtest du was vom Imbiss? Gerne, oder? Ja komm, dann nehmen wir was von dir. Nach so viel harter Arbeit finde ich auch. Haben wir uns aber auch was verdient. Allöchen. Was wollen wir denn haben? Was möchtest du denn gerne? Ein Wodka? Ja genau, ja. Quatsch, Kaffee meine ich. Kaffee. Wie zahle? Ja bitte. Haben Sie auch ein Kaltgetränk? Apfelschwolle, Vitacola oder wie? Vitacola natürlich, ne? Das ist doch, das ist doch die Ost-Cola, oder? Sagt man wirklich Vita oder spricht man Vita? Ich glaube, man spricht ja im Falle der Vita von der Vita, oder? Von der Vita, ja. Aber Karl Valentin hat mal gesagt, man sagt ja auch nicht Vater, sondern Vater. Das stimmt. So. Ja, sie aber für Vitacola können wir Werbung machen. Ich glaube, das ist kein Problem. Die kauft wirklich keinen. Die Bockwurst ist ja quasi, wie sagt man immer schön, der Tanzstellenfasan. Ja, genau. Oder? Die Hartz-IV-Lände. Was gibt's da für schöne Begriffe? Assi-Bräuler, hab ich schon mal gehört. Assi-Bräuler, auch sehr gut. Ja. Das ist nicht, dass du das jetzt in die Nase steckst, als Reflex. Passiert oft zur Zeit. Dampfpimmel. Entschuldigung, wir kennen uns jetzt seit zehn Minuten, da musst du nicht gleich anfangen. Ich hatte noch irgendwas, kannte ich doch noch für die Bockwurst. Ach so. Dampfpimmel, Hartz-IV-Lände, Tankstellenfasan. Ich glaube, das sind so, wenn man mit den vier Vokabeln kriegst du überall eine Wurst. Ja, auch im Herren Bekleidungsgeschäft. Wie sieht's denn jetzt aus? Bist du jetzt wieder, also arbeitest du wieder richtig so vor Publikum? Jetzt, wo die, wo die, wie heißt, wie ist das, die Inzidenz? Ich kann mir das Wort, Inzidenz, ich kann mir das nicht merken, ich sag glaube ich, Inzidenzdemenz. Jetzt, wo diese Zahlen sinken, ist eben das Wenige. Oder anders gesagt, jetzt, wo die Zahlen sinken, ist eben die Schattenseite, die nur wenige sind. Wir Künstler müssen wieder arbeiten. Man hat sich jetzt so dran gewöhnt. Ja. Und macht's Spaß? Es war ja schon vorher für alle eine Quälerei, so, sag ich mal. Ja. Aber man muss ja. Ja. Macht's dir Spaß, dein Beruf? Bist du gerne Journalist? Was meinst du als Fachmann? Jetzt wirklich mit deinem journalistischen Blick? Warte. Ja, hast dich nicht über den Tisch ziehen lassen. Aber der Tisch, den gibt's halt nicht mehr. Der Tisch. Ja. Und wie, wie ist es jetzt wieder vor, vor Publikum, bist du vor Publikum gestanden in letzter Zeit und wie war's? Na ja, die Leute sind jetzt, also, die, die sind jetzt nicht, das hat ja jetzt nicht unbedingt allen gut getan, ne? Das sieht man denen auch an. Und man hört's auch, in Dresden ist schon was los, also much traffic, here, hometown. Much traffic, alles, also much ist gerade nicht so, aber wenn es wieder regnet, dann. Schwitzt du eigentlich auch so? Anni, du hast ja dieses Kühlsystem mit der, mit der Schuhwolle und freien Achsen. Also nein, ich schwitze, ich bin eher so Frierer. Ja? Ja, ja. Frierer war alles besser, hat man ja auch mal gesagt. Das stimmt. Wie ist es, wie, wie, wie läuft's bei dir? Also damit es jetzt nicht so einseitig ist. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt schon die zweite Beleidigung. Nach dem Himmel. Ich habe das gemerkt, das kommt immer gut an, wenn man so tut, als würde man sich für den anderen interessieren. Absolut richtig, ja. Es ist eigentlich auch nur eine Möglichkeit, um in der Zeit des Antwortens des anderen selbst wieder etwas zu formulieren. Richtig, ja, richtig. Deswegen tue ich dir nicht den Gefallen und antworte lang und sage einfach gut, gut. Schön. Sommerurlaub schon geplant? Kurz mal gewesen. Oh, ja. Machst du Urlaub oder kannst du dir so was einfach, weil du ja ständig mit Anfragen überhäuft wirst, zeitlich gar nicht leisten? Monetär natürlich locker, schon längst. Aber zeitlich doch nicht. Ja, also ich bin es, glaube ich, den Menschen schuldig, dass ich mir die Zeit nehme. Ja. Und ich fahre aber nicht weit weg. Ich fahre an die Talsperre Malta nach die Poldiswalde. Tipps und das ist eigentlich wie hier bloß, dass dahinter noch Wasser ist. Schön. Das ist bewusst natürlich auch für mich wichtig, und das ist eigentlich immer der Kontakt zur arbeitenden Bevölkerung. Oh ja. Basiskontakt. Und deshalb ist es mir wichtig, dass ich weiß, wo wird was gebraucht. Angenommen Lehm oder die Frauen, womit die so hantieren, die Arbeiten. Viel mit Leben. Ja, wir müssen jetzt auch zum Faktenteil übergehen, oder? Bitte ja. Es gibt jetzt noch dieses ganze barockige Größe. So, also die Frauenkirche und den ganzen Quatsch. Und ich habe hier einen Verein gegründet zur Widersprengung der Frauenkirche. Also unter karitativer Anleitung. Also mit so karitativen Zwecken. Ja. Weil es stört viel. Also es nimmt viel Platz weg, gerade eben für Parkplätze. Also wenn die Frauenkirche weg wäre, hätte man mehr Parkplatz und weil weniger Touristen kommen, bräuchte man weniger Parkplatz und dann könnte man die Parkplatzfläche gleich für was anderes nutzen. So und wie wurde der Vorschlag vom Senat angenommen? In Dresden gibt es keinen Senat, das ist ja in Hamburg gibt es oder in Berlin gibt es den Senat. In Dresden gibt es, glaube ich, eine Konklave. Also das ist so eine Art und die ist noch zur Beschlussvorlage. Okay. Aber es gibt, es gibt total tolle Ecken. Die Ecken und Kanten. Es gibt so viel Tolles, was ich hier zeigen könnte. Toll, also viele Ecken kannte ich zum Beispiel nicht. Ich habe nur einfach wirklich keinen Bock. Sie wollen wirklich zu uns, ne? Ich habe immer so ein bisschen Respekt, aber Sie lächeln, das ist ein gutes Zeichen. Wir haben Respekt. Ah, sehr gut. Ist das oder ist das Geleitschutz, den er immer bekommt, weil er für diese Satire-Sendung arbeitet? Ja, das klingt wirklich wie eine Drohung. Ja, wollt ihr ein Foto machen oder was? Wir wollen gern, wenn das möglich wäre. Ja, super, klar. Natürlich, nur klar. Wir machen aber dann auch ein Foto. So, Sie sind jetzt mit drauf, ne? Das ist der Deal. Abonniert diesen Kanal, denn sonst kommt die Polizei und verhaftet euch. Stimmt doch, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das war ich, das war gar keine Polizeisirene. Ich muss komischerweise, wenn ich dieses trippenden Männer auf dem Fotostal denken, irgendwie verbinde ich das auch mit dir. Ich weiß auch nicht. Ja, meine vorletzte Show hieß ja sexy forever. So, ja, stimmt ja auch. Aber auch, um das so ein bisschen zu konterkarieren, es müssen ja nicht alle immer sexy sein. Es reicht ja, wenn ich das mache. Ja, besteht natürlich auch die Gefahr, dass man gerade in unserer sehr oberflächlich orientierten Branche auf Äußerlichkeiten reduziert wird. Da muss man auch aufpassen, dass man auch inhaltlich liefert. Richtig, genau. Das ist immer wichtig, dass ich mich jetzt nicht als Schönling vermarkte, weißt du? Ja, also natürlich, ich weiß, ich brauche mich mit meinem Buddy nicht zu verstecken, aber... Ich gehe hier, dann haben wir auch einen Sicherheitsabstand. Wenn du noch was wegwerfen musst auf den Weg, dann wäre das jetzt eine Gelegenheit. Das ist eben das Tolle. Ich muss sagen, die Müllkübel sind von innen sauberer als mein Mülleimer zu Hause von außen. Schau dir das mal an. Yes, das ist ja wackel neu. Ja, toll, oder? Es ist wirklich toll. Und spülst du Joghurtbächer aus, bevor du sie in den Plastikmüll gibst? Meiner Tochter zuliebe mache ich immer zuerst außen die Papierumrandung ab. Das musste ich hier versprechen. Und dann esse ich den Joghurt zuerst, also bevor ich ihn ausspüle. Das habe ich jahrelang falsch gemacht. Ich dachte immer, das ist eine sehr teure, verschwenderische Angelegenheit. Nee, nee, du kannst das ja... Das ist wirklich am ökologischsten, wenn du den Quatsch, der da drin ist, einfach verzehrst. Ach so. Wie viele Tage bist du unterwegs, wenn nicht gerade in der Pandemie die Welt in Atem hält? Wie viele Tage? Vielleicht 100. Aber nicht hintereinander. Zwischendurch bin ich zu Hause. Und dann gehe ich früh hier drüben in die Hostienbäckerei. In der Hostienbäckerei gibt's so manche Leckerei. Das ist übrigens die einzige Hostienbäckerei Deutschlands. Woanders werden ja die Hostien gebraten oder gekocht und hier werden sie wirklich noch gebacken. Aber die sind noch nicht gesegnet, die Segnung wird woanders. Ja genau, die werden in Saudi-Arabien gesegnet und durch die Globalisierung dann zurück und so. Die Welt ist so klein geworden. Und das ist natürlich auch ganz toll. Äh, äh, das? Das ist... Ja. Das ist ein Molkereiladen. Ja, der hat eine sehr wechselhafte Geschichte. Möchtest du es wissen, Pierre? Sehr gerne, Olaf. Es trug sich zu, dass damals vor langer, langer Zeit die Menschen immer sauer waren, weil die Milch sauer war, die ihnen gebracht wurde. Und da hat Herr Pfund gedacht, dann bringe ich doch die Kuh in die Stadt. Und da konnte der Städter im Hinterhof sagen, ich möchte von der Kuh Milch. Und daraus entstand Pfundsmolkerei-Imperium. Und ist das immer noch dieselbe Kuh oder haben sich die Kühe... Ist immer noch die eine Kuh... Nein, es ist die eine originale Kuh, die seit 150 Jahren gemolken wird. Und man musste ja melken, solange sie Milch geben. Ja, natürlich. Macht der Volksmund, ja. Die Kuh ist quasi ein sich selbst zum Brunnen tragender Eimer. Ein Perpetuum Melkile. Man sieht's, das wurde zu DDR-Zeiten gebaut. Das war eine Autowerkstatt. Und dann nach der Wende wurde das dann halt zu einer Malkerei. Ja. Du darfst dir jetzt was raussuchen. Darf ich dich eigentlich M nennen? Du... Ja, sehr genau. Ich bin Olaf. Ich bin M. Und welchen Buchstaben haben Sie es im Angebot? Du russest dich ein aus. Wie heißen Sie denn? Liane. Liane. Oh, das ist viel zu schön, um es abzukürzen. Was sind Ihr persönliche Lieblingskäse, Lilly? Der Gewitterkäse, den haben wir aber leider nicht da. Das wäre mein Lieblingskäse. Bevor Sie es erklären, was glaubst du, was ein Gewitterkäse ist? Das ist... Man sagt immer so, da stehst du rum wie die Kuh, wenn es blitzt. Ja, oh! Ja. Und quasi Blitzschlag, Kuh, Tod, der Käse direkt im Tier noch gekocht, gesotten und der ganze Klümpatsch mit den Eingeweiden wird dann sozusagen direkt laminiert. Nein, der Gewitterkäse sollte eigentlich mal Appenzeller werden und da ist ein Gewitter gewesen, gab einen Stromausfall in der Firma, dann ist die ganze Charge in den Reifekeller zurückgegangen und daraus ist ein schöner, kräftiger Käse entstanden und der hat den Namen Gewitterkäse bekommen. Ach, deine Geschichte war spannend. Ja, Appenzeller und Fell, sie sind sehr kräftig würzige Käsesorten. Okay, dann probieren wir doch mal eine gute Ladekäse ein Stück, oder? Ich würde Ihnen was zurecht machen. Herzlichen Dank. Sie können gerne sich umschauen. Schönsten Milchladen der Welt. Ach so toll. Heute unvorstellbar, diese Freizügigkeit, also diese Mega-Euter überall. So, da sind wir hier im Wesentlichen durch, oder? Ja. Das ist unser Milchkrabber, die Spezialität des Hauses. Na dann kann man nicht nein sagen. Aber ist gar nicht so schlecht, oder? Also ich finde es sehr lecker und es hat tatsächlich eine, es schmeckt ein bisschen eilikörig. Ja. So wie After-Aid ohne die störende Schokolade drumherum. Und ohne Minze. Ja. Also ganz anders eigentlich. Das ist total nett. Vielen herzlichen Dank. Das ist wirklich echt auffällig. Also überall grüßen sich die Leute. Wäre das ohne Pullunder auch so? Äh, das weiß ich nicht. Ich habe ja noch nie keinen Pullunder angehabt. Ja, blöde Frage. Ich ziehe sie zurück. Ähm, aber es ist ja die Frage. Sonst leben ja in Dresden jetzt nicht so viele berühmte. Ich glaube, Wolfgang Stumpf. Oh, stimmt. Richtig. Und dann wahrscheinlich auch Stefanie Stumpf, oder? Die wohnen doch bestimmt noch im selben Haus. Bestimmt. Lady Gaga. Und das war's schon. Also bei Wolfgang Stumpf bin ich mir nicht sicher. Das weiß ich auch nicht. Eine schöne Stadt, die du da ausgesucht hast. Ich weiß, warum Lady Gaga hier wohnt. Ja. Man sagt ja Elbflorenz, also das Venedig des Nordens. Ja. Ja, wir könnten hier die Beine noch ein bisschen baumeln lassen. Gut. Und die Seele gleich mit? Ja. Ah. Äh, aus dem Nichts flog plötzlich ein Desinfektionsmittel auf mich zu. Ah. Ich desinfiziere mir mal die Hände. Ja, mach ich auch, wenn ich fertig bin. Ja. Möchtest du was davon haben oder später? Das ist ganz wichtig. Auf den Käse direkt oder auf die Hände? Äh, vielleicht auf die Hände, ne? Okay. So, das ist übrigens die Waldschleuschenbrücke. Mhm. Da wurde ja hart gefochten, als es um die Aberkennung des Weltkulturerbes ging für Dresden. Ja, Dresden war ja Weltkulturerbe. Aber man hat dann gesagt, fuck off se Erbe. Wichtiger ist, dass wir diese Brücke bauen und ja, wie das so ist. Ich hab mal gehört, ich bin medial nicht so erfahren, dass essende Menschen im Fernsehen immer nicht so sexy rüberkommen. Stimmt das? Ist da was rein? Keine Ahnung. Bestimmt würde ich alle irgendwas erzählen. Lügen, Fresse. Fresse wegen Essen. Und was machst du heute sonst noch, wenn wir uns jetzt hier trennen? Was mir mindestens genauso schwer fallen wird wie dir. Wie wird dein Tagwerk verlaufen? Ich glaube, ich werde dann die Kinder abholen von der Schule. Mhm. Gut. Mal sehen. Vielleicht auch nicht. Ja, es hat viel mit Nahrungszubereitung zu tun. Also kochst du zu Hause? Ja. Was gibt's heute? Nudeln. Mhm. Original. Ich hab mir selbst ein Gericht ausgedacht und zwar Nudeln gekocht im Wasser und dazu Soße und zwar so Tomaten verflüssigt. Mhm. Und bei den Nudeln ist wirklich entscheidend das Wasser. Ja. Wenn du gutes Wasser hast, ist es eigentlich. Entkalkst du? Nein, ich, ich verkalke, muss ich sagen. Also. Weil wir das doch vor uns hatten mit den Namen, mir fallen also Namen zum Beispiel nicht mehr ein. Mir auch, Manfred. Ja, schöner Tag war das mit dir. Dann würde ich sagen, lieber M, es war toll. Ich muss leider, weil ich ja die berichtete, was nun einsteht. Kommt ihr klar? Ihr wisst, woran ihr arbeiten müsst, oder? Bleib. Komm, M, bleib. Es war mir eine große Freude. Gleichfalls. Haut rein. Auf gar keinen Fall. Wenn was ist. Keine Gewalt. Ihr wisst ja. So. Ich. Ne, Quatsch. Hier lang. Hier ist kürzer. Such den Weg aus. Wir alle führen am Ende. Italien. Tschüss Olaf. Tschüss. Tschüss. Liebe Nutzer und Nutzerinnen, wir hoffen, Ems Beitrag hat euch gefallen. Wenn dem so ist, tut dies kund in einem Kommentar oder empfehlt befreundeten Verwandten sogar von dieser bunten, abwechslungsreichen Reihe im Internet. Danke. Ja, dann gehen wir jetzt ab. Du da, ich da. Dann. Okay. Gen Cub nach mir. A paar Jahre. thin die Beef uns braucht es noch ما am Pres originally Aquí während der Das war gut. Das war gl interrupt.